Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Icewind Dale. Gut, wir sind wieder nach Kulda zurück, um uns um ein paar Sachen zu kümmern. Beziehungsweise um ein paar Sachen loszuwerden. Was würdest du uns von hier abkaufen? Äh, Erdkolosshaut, der Nashornkäferpanzer, Langschild-Amulett, Buch der Golem-Erschaffung, äh, der bringt uns leider nichts. Mehr, was verkaufen wir? Die Flasche Wein brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Äh, Edelsteintasche. Haben wir nur den Schutzring drin? Wir haben lange keine Edelsteine mehr gefunden. Dein Befehl, einverstanden. Und ja, Schriftrollenbehälter. Einverstanden. Das heißt, wir übernachten jetzt mal. Ganz ehrlich, wenn ich mir so überlege, wir sind jetzt im sechsten Akt angekommen. Was der letzte Akt ist, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Gleichzeitig haben wir auch der längste Akt eigentlich. Also ja, es ist ziemlich offensichtlich jeder, ähm, eigentlich fast jedes Gebiet hier ist ein eigener Akt. Also Osthafen war der Prolog. Das Einzige, was über mehrere Gebiete wirklich ging, war der erste Akt. Ah, wobei, ähm, der Prolog ging auch über zwei. Weil der Kulderhaar-Pass noch Teil des Prologs war. Oder des Prologs. Wie auch immer. Äh, und der erste Akt halt, Kulderhaar, Teil des Schatten und Tempel des Vergessenen Gottes. Wobei Kulderhaar halt ja die Stadt ist, zu der man immer wieder zurückkehrt. Bisschen wie ein Diablo. Aber ja, dann der zweite Akt war nur das Drachenauge. Die abgetrennte hat der dritte Akt. Dorn-Tief der vierte. Wirm-Zahn der fünfte. Und unter Dorn-Tief ist jetzt der sechste Akt. Weiter! So, bei dir wollen wir verkaufen. Hm, Kistakschwert nicht, Kondantzhammer nicht, Aspelsdorch nicht, Joritz-Axt auch nicht. Die Zelebratenklinge ist eigentlich auch zu gut, um sie zu verkaufen. Äh, den Langzahndurch können wir verkaufen. Kettenhelm tut Langbogen. Mörder können wir verkaufen. Oh, das kaufst du gar nicht. Robe der Wache, der Robe des Erzmagiers kann weg. Helm, der Mithril fällt harnisch. Der Geweihte Morgenstern, Ruhe der Einflüssung, die Sachen. Handschuhe der Elfenmacht, das keiner benutzen kann. Also, Barden nicht. Gucken wir mal. Paladin nicht. Waldläufer nicht. Kämpfer nicht. Äh. Kleriker nicht. Dieb nicht. Magier. Also, Hexenmeister, äh, Sorcerer fällt unter Magier. Ich frage mich allgemein, wer kann das benutzen? Baban? Weil nicht mal Barde, auch wenn das Ding nach Badenhandschuhen klingt. Ja, Magier durch kann weg. Das Ding kann weg. Salamanderzunge. War. Der Deuch, der auch weg kann. Der Helm kann weg. Schild der Stärke. Hm. Muss ich mal gerade gucken. Aber die Sachen können schon mal weg. Dann sind wir etwas leichter. Aber ja, äh. Ja gut, der Schild hier ist eigentlich besonders toll. Was trägt sie eigentlich für einen? Versuchsklasse Bonus plus vier. Ja, das ist glaube ich. Das heißt ja auch bei minus sieben. Fällt mir gerade so auf. Er ist minus sieben. Oh ja, mag jetzt Portrait, vielleicht können wir das auch noch verkaufen. Minus drei, minus vier, minus sieben, er ist bei minus fünf. Aber wenn ich den Behälter öffne und das. Oh, da ist noch ein Langschild plus eins. Ah ja. Ah ja. Das heißt ja, die Handschuhe der Elfen macht mal aufheben. Also bei dir würde das den ETW und den Schaden verbessern, aber die Rüstungsklasse reduzieren. Und du? Ja, bei dir würde das auch die Rüstungsklasse reduzieren. Bei dir würde das alles steigern allerdings. Ja, du bist zwei Handkämpferin. Okay. Ja, dann kommt der mal da rein. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Der kann in den Rucksack. Das Ding kann in den Rucksack. Und dann gucken wir mal, was wir davon noch verkaufen können. Also die drei Sachen noch verkaufen. Dumm, dumm, dumm. Und wir haben verdammt viel Geld jetzt. 112.000. Ja, einverstanden. In Ordnung. Und sind noch nicht mal fertig. Wir müssen noch die Tränke, die wir nicht brauchen, verkaufen. Also ja, nur noch mal zur Info. Ich spiele auf D&D-Regeln. Also auf dem Standard normal. Nur abgesehen davon, dass ich max Trefferpunkte immer kriege beim Stufenaufstieg. Aber unser Trankverbrauch ist bis jetzt nicht so sonderlich. So. Willst du uns was abkaufen? Nein. Nee. Du. Trank, Trank. Bäder öffnen. Okay. Was könnten wir verkaufen? Konzentrierte Heidtrinker auf jeden Fall nicht. Trank der Freiheit. Den können wir verkaufen. Aufsichtbarkeitsdrang. Trank der Lebenskraft. Trank des Feuer. Magie. Trank der Einsicht. Der kann weg. Trank der Klarheit. Ja, die können auch beide mal weg. Und der Explosions-Trank kann weg. Komm, verkaufen wir auch die Feuergut im Tränke. Die brauchen wir auch nicht unbedingt. Trank des Feuergut im Tränke. Du hast... Trank der Lebenskraft. Das könntest du dann auch nur ausrüsten. Helden-Tränke. Trank der Steinform kann eigentlich eher zu dir. Spiegel auf Tränke. Spiegel auf Tränke. Also die mal alle in den Rucksack. Die können nämlich zu ihm hier. Das bringt dich nicht so viel. Er kann das eh ziemlich gut spammen. Das sollte jemand anderes wie sie zum Beispiel benutzen, wenn es nötig ist. Jetzt hast du Unsichtbarkeitstränke noch da drin. Ja, die können raus. Die können zu ihr. Trank der Lebenskraft kann raus. Wendigkeitstränke können auch raus. Trank der Lebenskraft. Wendigkeitstränke auch. Ja, die Geschicklichkeit ist recht niedrig bei ihm. Zum Glück lässt sich das Zeug ziemlich hochstecken. Ganz ehrlich öffnen. Konzentrierte Heiltränke gibt die auch mal in den Rucksack. Der Beat gerade war nicht beabsichtigt, aber er klang cool. So, dann haben wir nämlich unsere Heiltränke mal neu umgeschlichtet. Schnelligkeitsöl ist eigentlich auch fast schon etwas, was wir nicht wirklich mehr bräuchten. Abwehrtränke eher. Trank der Macht. Meisterdiebeskunst sowieso. Ja. So, in Ordnung. Das heißt, jetzt nochmal zum Gemischtwarenhändler und dann können wir von dort aus eigentlich die Karte verlassen. Wir müssen ja nicht zum Teil der Schattenausgang raus. Wir müssen ja nicht zum Teil der Schattenausgang raus. In Ordnung. So. Verkauf. Also. Der Amulett des dunklen Fleisches kann verkauft werden. Das ist verflucht. Und die können alle verkauft werden. Die Nasson-Käfer-Panzer, die behalten wir mal noch. Und irgendwer hatte hier noch einen... Nö. Ist der hier? Ja, Schlüssel zum Wachtturm, den will er mir nicht abkaufen. Wahrscheinlich, damit wir den Wachtturm weiter aufsperren können und da drin rassen können. Und wenn ich mir überlege, wie unsere Truppe ausgerüstet war, als wir in Ulda angekommen sind. Mit einfachen Waffen. Und jetzt sind sie mit Zeug ausgerüstet aus den wildesten Träumen. Okay. Ich muss also zum Würmzahn reisen. Und dann hier lang nach Unterdorn tief. Und der steht schon wieder auf. Hi. Nehmt keine Befangenen! Ein bisschen Schaden macht er ja schon. So, jetzt können wir wieder den Weg runternehmen. Das soll geschehen! Lasst uns eine Weile rasten. Ja, die Maidin Martia wird wohl die nächste sein. Mit der wir uns anlegen müssen. Die hockt ja in der großen Schmiede. Das soll sich dann wieder auf. Und dann, falls es so. Da? Ja. No. No. Untertitelung des ZDF, 2020